Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite OG Tipps und Tricks Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video zeige ich euch einen XP Glitch, mit dem es möglich ist pro Runde ca. 200.000 XP zu farmen und somit 2 Level aufzusteigen. Als erstes müssen wir uns jetzt einmal die passende Map dazu laden. Geht dazu auf die Lupe oben links und gebt folgende Zahlenkombinationen ein. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, bekommt ihr die Map Tropical 1 gegen 1. Bevor ihr diese Map jetzt startet, müsst ihr noch einmal eure Einstellung kontrollieren. Hier oben muss XP stehen und bei Option der Insel darf das Ganze nicht auf Öffentlich stehen, sondern ihr müsst es einmal auf Privat stellen. Dazu hier oben einfach auf Privat klicken, dann wieder auf Tropical 1 gegen 1. Das war es dann auch schon. Im Anschluss daran drückt ihr nur noch auf Auswählen. Die Map startet und sobald der Countdown runtergezählt ist, geht es auch schon los. Geht ein Stückchen nach vorne. Ich zeige euch den genauen Punkt. Da hinten ist ein Baum zwischen Heilmaterial und Waffen. Dort müssen wir jetzt einmal hin. Springt einfach rüber mit eurem Hängegleiter. Und sobald ihr in der Ecke angekommen seid, baut ihr euch hier einmal eine schöne Treppe nach oben. Lauft die Treppe hinauf, bis ihr auf der Höhe von dem Baum seid. Ungefähr hier. Und führt jetzt ein Emote aus, ganz egal welches, und brecht dieses danach wieder ab. Dadurch habt ihr jetzt den geheimen Raum freigeschaltet. Hier läuft noch ein Counter herunter von 600 auf 0. Also 10 Minuten. Diese Zeit müsst ihr abwarten, die können wir nicht verkürzen. Holt euch ein paar Snacks, was zu trinken und schon sind die 10 Minuten vorbei. Ich melde mich gleich wieder, wenn mein Counter auf 0 steht. Gleich ist es soweit. 5, 4, 3, 2, 1, Action. Sobald der Counter runtergezählt ist, könnt ihr mit den drei Zahlen vor euch interagieren. Jede Zahl könnt ihr mit der Taste X um 1 erhöhen. Wir fangen ganz links an. Und wir benötigen jetzt die Zahl 7. Macht ihr das zu schnell wie ich, kommt ihr über die Zahl 7 hinaus. Rückwärts geht es nicht. Ist aber kein Problem. Dann geht ihr hier ganz nach rechts. Einmal das X gedrückt. Und das Ganze wird resettet. Geben wir die Zahl noch einmal erneut ein. Also wie erwähnt, hier ist es die Zahl 7, 6 und 7. In der Mitte ist es ebenfalls die Zahl Nummer 7. Geben wir ein. 5, 6 und 7. Und ganz rechts, wer hätte es gedacht, hier ist es ebenfalls die 7. Euer Code lautet also 7, 7, 7. Jetzt geht ihr nach rechts rüber, drückt das X und schon wird der geheime Button unter euch freigeschaltet. Diesen drückt ihr jetzt ebenfalls und schon beginnt das Ganze hier mit der AFK XP Farming Methode. Einfach das X gedrückt und schon geht es los. Ihr könnt sehen, EP Zahlen werden schon hochgezählt. Sammelt den Grappler ein und hinter euch gibt es noch diese Schleimkanone. Und lauft dann hinten links in die Ecke. Dreht euch so lange, bis ihr eine kleine Taste seht, die ihr einmal drücken müsst. Hier eingedreht und dann taucht sie auf. Da X interagieren. Die drückt ihr einmal und schon seid ihr auf eurer finalen Map. Zuallererst lauft ihr hier einmal die Treppe hinauf zu dem Fenster. Hier gibt es XP Admin Punkte. X gedrückt und schon sammelt ihr sie ein. Und eure EP Punkte schnallen hier in die Höhe. Dann springt ihr hier über die Mauer rüber zum nächsten Fenster und sammelt auch hier eure nächsten Punkte ein. Natürlich hat Fortnite ganz schnell auf diese XP Glitch Map reagiert und ein bisschen was gefixt. Vor ein paar Stunden war es noch möglich, pro Durchgang gute 400.000 XP zu farmen. Jetzt ist es noch knapp die Hälfte, aber mir persönlich ist das total egal. Dann spiele ich dieses Level halt zweimal und bekomme somit auch meine 400.000 XP. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Nächstes Gebäude. Einmal die Stufen hinauf. Dann scharf rechts abgebogen hier zu diesem Fenster. Hier gibt es die nächsten Secrets XP. Jedes Mal, wenn ihr sie einsammelt, kommt ihr übrigens hier zu diesem Spawnpunkt zurück. Der nächste Punkt befindet sich oben auf dem Dach. Dafür haben wir den Grappler. Grappeln uns hier einmal nach oben. Gehen zu dieser Spitze. Springen einmal hier rauf. Dann dürfte er gleich angezeigt werden. So, ein bisschen links-rechts. Da ist er doch schon. Da haben wir ihn. Und sammeln jetzt auch hier die Secret XP Punkte ein. Und ihr könnt sehen, wir sind hier nach kürzester Zeit schon bei 115.000. Und das kann sich doch wirklich sehen lassen. Den nächsten Punkt finden wir ziemlich weit hinten. Laufen hier einmal lang. Dann müssen wir gleich die Treppen hinauf und rechts einmal den Zaun übersteigen. So, weiter geht's. So, Treppen rauf. Eingedreht, hier rüber gesprungen. Und ihr könnt ihr schon sehen, hier könnt ihr die nächsten Punkte einsammeln. Jetzt geht es noch einmal zurück zum vorigen Haus. Aber nicht wie vorhin ganz nach oben, sondern eine Etage tiefer. Bei dieser Spitze gibt es weitere Punkte einzusammeln. Danach geht ihr einmal hier geradeaus durch. Dasselbe gibt es auf dieser Seite. Und auch hier könnt ihr ein paar Punkte einsammeln. Wir sind wieder zurück bei unserem Ausgangspunkt. Und jetzt geht es doch noch mal ganz nach oben. Und zwar hier in diese Ecke. Hochgegrappelt. Auf dieser Ecke könnt ihr weitere XP Punkte einsammeln. Und danach müssen wir uns nur noch in die andere Richtung drehen. Wir sind schon bei 163.000 Punkte. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt drehen wir uns in die andere Richtung. Und können diese Map wieder verlassen. Hier müsst ihr ganz dicht an die Mauer ran. Sonst taucht das nicht auf. Da oben haben wir ein XP und Rift. Jetzt kommt ihr hier auf so ein Bounce Pad. Hier könnt ihr noch weitere Punkte sammeln, wenn ihr wollt. Und ganz oben gibt es dann ein X. Damit könnt ihr dieses dann wieder verlassen. Ich bounce hier noch ein bisschen durch die Gegend. Dieser Ausgang oben in dem X ist auch schwer zu sehen. Er taucht relativ selten auf. Drückt einfach, wenn ihr oben seid, paar Mal auf das X. Und dann findet ihr auch den Ausgang. Und seid wieder hier zurück. Bei 170.000 EP-Punkten sind wir schon. Zu guter Letzt packen wir noch die Schleimkanone aus. Und lassen hier so ein paar Hühner explodieren. Dafür gibt es dann auch noch einiges an Punkte. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. So, ich sammle hier noch ein bisschen was ein. Hähnchen-Teile hier, wunderbar. Dann die Punkte hoch. Und somit habt ihr dann auch das Level ungefähr mit 200.000 EP-Punkte abgeschlossen. Ich bin bei 182.000 Punkte angelangt. Und das sollte für zwei Level reichen. Gehen wir doch jetzt einmal zurück zu der Übersichtskarte. Verlassen dieses Level. Ich war bei Level 13. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt rausholen konnten. Zurück zur Lobby. Ja, ich möchte das Ganze verlassen. Gehen hier einmal zurück. Und dann sollte es mit zwei Level funktioniert haben. Du hast Level 15 erreicht. Jo, wie gesagt, zwei Level aufgestiegen. Innerhalb von kürzester Zeit. Und jetzt starte ich das Level noch einmal neu. Natürlich müsst ihr euch das Ganze jetzt nicht noch einmal komplett reinziehen. Ich will euch hier ja nicht länger aufhalten als nötig. Ihr könnt sehen, ich bin wieder bei den Hühnern. 141.000 EP. Zurück zur Lobby. Auch das sollte jetzt eigentlich schon wieder für zwei weitere Level gereicht haben. Gehen wir zurück zur Übersichtskarte. Und da haben wir ja Level 17. Wir sind wieder zwei Level aufgestiegen. Das soll es dann auch schon wieder heute gewesen sein. Happy Farming. Bis zum nächsten Mal.